Musik 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 Der hat mich neulich bei der Lehrerin voll verpetzt. Wie wär's denn? Ja, dieser Manni da. Der hat vielleicht Unterrichtsschluss. Cool, komm, wir warten hier auf den. Ja, genau. Ey, guck mal, wer da kommt! Dann ist er hier! Späcki! 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 Ey, ein Tag mal nicht gemobbt werden, das wär's. Den Gefallen tun wir dir nichts. Ey, was soll das? Ey, mein Liebling! Ey, mein Liebling! Ey, mein Liebling! So kann es nicht mehr weitergehen. Jetzt muss es endlich morgen verstehen. Sie wollen sich rächen? Dann wenden Sie sich an den Reche-Shop? Ein Laden, wo Sie alles kriegen zum Ärgern, Nerven und vieles mehr? Ja, dann geh ich mal drauf. Ah, der Reche-Shop! Lassen Sie Ihre Gegner doch mal in die Luft fliegen. Das hört sich ja richtig gut an. Da bestell ich mir doch gleich mal was. Hier, ich geb mal einen aus. Danke, alter Schleimer. Hier, ein Pompfetti. Ey, cool! Der Dicker hat einen ausgegeben. Hier, vom dicken Manni. Danke! Hallo, hallo, hallo! Aaaaahhh! Ahh! Ahh! Aaaaaaaaaah! BANG! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha, 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 ha.